Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu SHIFTEMS Zusammen mit dir im Display Viel Spaß! Es ist deprimierend, überall zwei Sterne zu haben Aber wir haben auch immer noch nicht verstanden, wie man drei bekommt Vielleicht ist das echtes Zeitrennen Was passiert, wenn einer runter geht? Okay, wer will Ich kann dich in den ersten werfen Ist ja easy Müsst ihr mich zusammen, oder? Nee, nee, tschüss Eingriff für alles Da unten ist so ein Ding Ach, da oben ist ja was Scheiße Ja, unten drunter ist der Kristall Ach, du musst da, spring mal, spring mal Nee, nee, es bringt nichts Wir müssen hier, bringt nur was Ich glaube, wir müssen das zusammen machen Oder kann ich dich da irgendwie hinwerfen Warte, spring mal Spring mal mit, kurz Ah ja, es geht gleichzeitig runter, okay Gut, dann bleib drauf Und dann drei Warte, gehen wir zu, renn mir beide Ich schaff die Und du musst mich dann auch hochwerfen Aber dann schaffst du die nicht Du springst dann kürzer Probier es mal Ach so Wie weit du springst Nach links zum Beispiel Ja, okay, alles klar Nee, nee, hab ich schon Aber wir müssen uns auf der mittleren Plattform Ich muss dich da, okay Okay, drei, zwei, eins, los Doch Komm her Komm her Oh shit Okay Kannst du mich dann wieder fangen in der Luft? Du musst zurück Komm her Ah, oder ich werf dich dagegen Komm her Spring am Fall Ich werf dich dagegen Das geht Oh stimmt Komm her Ja Drei, zwei, eins, los Dann gehen wir jetzt einfach rüber, oder? Hä? Loser Warum? Keine Ahnung Komm mit Oh Gott, das will Genau Oh Gott Ey, danke, dass du gekommen bist Ich wechsle noch Ja, ich hab Panik Das war Panik Wir müssen hier rüber Ja Wechsle, mach dich klein am besten, damit du besser Okay Easy Oh Gott Richtig einfach, oder? Oh nein Es ist Level oder Parkour hier Ah Komm rüber Kommst du da nicht allein hoch? Ne, bin fett Sorry Boah Passt in den Laser rein, nice Und unten lang, glaube ich Ja Oh Es wird nichts Ne Okay Ja, was sind das für Plattformen? Was machen die? Ähm Warte Ah Und jetzt kann ich den hier rüber Was ist denn jetzt passiert? Achso Was ist denn jetzt passiert? Ah Achso Warte mal Ich kanns von der anderen Seite einfach runterziehen Ja Nee, oder? Hä? Und was bringt uns denn jetzt? Da bringt uns gar nichts Doch, schieb drauf Nee, ich hätte ihn nach links ziehen müssen Achso, du musst ihn nach links bringen, ne? Ja Gib rüber Bleib einfach drauf Ich hab Angst Achso Schieb jetzt rüber Warte als kleiner Jetzt gehts Siehste? Ich seh es Ich hab Angst Es geht Es geht Lol Oh Gottes Willen Warte Boah Alter Alter Es geht Nee, du kannst doch für mich Ah, ich kann ihn nehmen Nee, 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 nee Der muss nur da drauf liegen Achso, dafür ist der Okay Okay Du kannst von dem Ding Du kannst über den Ding drüber springen Genau Hallo Danke fürs Freilassen Komm her Werf mich Ja Ganz runter? Ja Geh weiter Komm her Komm her Äh Jetzt hör auf mich hoch Nein, das war dumm Wie einfach auf alle Scheiß Okay, so Äh Und jetzt da oben werfen Na Warum willst du mich immer töten? Ist das so dieser Reflex? Wenn du da bist, würde ich sieh da die Kugel Okay, ich werf dich nach oben Ja 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 Achso, ich muss springen Ja So Achso, und jetzt muss ich hier Komm, komm, komm Ja, ja, ich muss aber klein sein Oh Alter, das ist so sehr fucking ernst Spiel Aber ich kann viel früher rüber Komm her Okay Zack Oh nein Achso, jetzt hüpfe ich rüber Achso Und jetzt kann Komm her Ja, aber Du sollst nicht wissen, dass es da auftaucht Ja, ja, aber wie du erstmal Du hast die Punkte Du hast grad die Punkte, wo kommt man denn? Ja und? Das ändert ja nichts an, dass deine noch fehlen Bist du ein mieses Dreckschwein Oh nein, ich kann mich fast umgebracht Ja Äh, nee, das wollte ich nicht Äh, hier Lass dich einfach runter Komm, ob du dich kriegst Okay, komm Warte, 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 lass dich klein Ich hab Angst Komm Ja Du bist klein Ach, du mach dich nicht, Leute, Sprech Warum? Achso Achso, ich bin da drüben Warte, 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 warte Alter, du hattest doch die Achso, du lebst da, stimmt Ja, ja Kann man da einfach Ah, nee, du musst dich werfen Warte, ich fang dich Und spring Ui Oh, nach oben Ja, das wusste ich Werd fett Okay Oh Sind wir, hä? Hä? Achso, weil das drauf steht Ja Ja Hey Achso, das stimmt Du kannst du erstmal hochwerfen Aber das bringt auch nichts Ja, nee, aber Nee, 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 komm, das schieben Ja, und jetzt Hallo? Genau So, jetzt Moment Komm drauf Pfff Das war keine Absicht Nee, wir müssen es auch rechts drunter machen Davor aber es Zieh mal Ja, wenn ich es jetzt drauf mache mit dir, dann geht es doch Nee, aber dann blockiert es Achso, ja, gut Hä? Oh, das war es doch am Anfang Oh, und ich komm nicht mehr rüber Ja, ja, wir müssen nach rechts schieben Okay Boah So geht es doch auch, oder? Ja Nee Doch Ah doch Ja Ja Ja, warte, warte, erst das Teil da holen Die ist schon wieder ein Punkt über Weißt du? Das, das finde ich nicht gut Komm Die Pass mich nicht runter, komm Mann Die ab ins Ziel Die Ja, kostet 3 Dias Oh nein Die ist schon wieder Ja Oh, wir haben beide übersprungen Ja Ich hab mir gedacht Wow, jetzt wärs mal wieder Zeit Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Verlauf von diesem Video Haha Manu und ich konnten die letzten Tage keinen Termin ausmachen Und das waren die letzten 10 Minuten, die wir davor aufgenommen haben Deswegen spiele ich jetzt hier alleine So ein Bonuslevel Keine Ahnung, was das kann Aber irgendwas wird hier jetzt passieren Ja, wir werden sterben Haha Oh, ich verstehe Es ist ein Level, was unmöglich allein zu schaffen ist Okay Perfekt Naja, ich versuch's trotzdem So Genau Und Ah Oh nein Ich schaff das nicht Ich schaff das nicht Oh Okay, okay, okay Ich muss dich hochheben Dann mach ich dich Dann gehst du hier Dann mach ich hier Dann nehm ich dich Dann spring ich hier Mach so Dann Worte ich hier Dann spring ich hier Drücke Nein Ich spiel das doch nicht allein Da ist die absolute Hölle Manu, wo bist du? Wo bist du denn? Okay Leute, dann spielen wir ein ganz normales Level ohne Manu Beziehungsweise ich hab's schon gespielt Ich hab grad eben das Level aufgenommen Hab natürlich nicht aufgenommen Ich hab die absolute Hölle durchlaufen Ihr müsst nämlich wissen, ich steuer Gleichzeitig mit Tastatur ein Und mit dem anderen Den steuer ich mit Gamepad Die haben nicht nur verschiedene Steuerungen Sondern ich muss auch noch zwei gleichzeitig steuern Heißt der rote, das bin ich Und faken Manu Hat ihn zum Prego auf Jetzt kenn ich das Level schon Deswegen Geht's vielleicht auch ein bisschen Nein Ich wollt grad sagen Geht's vielleicht ein bisschen besser Aber tatsächlich nicht So Wir haben die Punkte aufgesammelt Und viel mehr brauchen wir auch gar nicht Ha Und Manu ist einfach der Horror Einmal bitte Bitte Maudado hochheben Danke Und dann einmal Zack Ich hab überlebt Alter Manu Das war aber nett Du hast dafür gesorgt, dass ich überlebt Und hast mich nicht umgebracht Bin ich gar nicht gewohnt Sehr gut Was erwartet uns als nächstes Ach ja Das gute alte Komplizierung Oh guck mal da hinten ist ein Fuchs Das ist mir gar nicht aufgefallen Ihr habt mir auch geschrieben In jedem Level Gibt's immer ein Secret Ähm Das wussten wir die Parts davor nicht Denn Tatsächlich Waren die Parts davor Alle am Stück aufgenommen Jetzt erreiche ich Manu grad nicht Weiß nicht Ich hätte das vielleicht ein bisschen früher ausmachen sollen Wenn ich mich hier werfe Dann komm ich hier drauf Perfekt Vielleicht hätte ich die Punkte aufsammeln sollen Aber ich glaube ich kann mich da hochwerfen mit dem anderen Achtung böses Bike Äh Nächsten Part ist Manu natürlich wieder dabei Ich weiß nicht wann das ist Ich weiß nicht ob der nächste Part schon morgen ist Oder übermorgen Oder übermorgen Oder übermorgen Hä Wie hab ich Manu umgebracht Äh Fake Manu sorry Steht hier auf Manual Wie auch immer das passiert ist So okay Jetzt muss ich mich fangen Dann muss der groß sein Und x x drücken Äh Gut gemacht Danke Manu Und bitte einmal absetzen Das funktioniert einfach Einmal schieben Oh Äh Einmal runter, springen und ich spamm einfach E. Oh, es hat geklappt. E-Spam ist die Lösung. Hier, Peng. Hebe mich auf. Es ist echt, oh nein. Ein Gewirre in meinem Kopf. Wir müssen Trampolin-Action machen. Warte, wie werfe ich mich hoch? So. Okay. Wie mache ich das? Ich glaube, ich mache einfach, ich kontrolliere einfach den roten. Dann wechsle ich, dann wechsle ich, dann wechsle ich, dann nehme ich das da, dann wechsle ich, dann... Oh, hat es nicht geklappt. Aber es sah immerhin gut aus. Hier rüber. Da rüber. Und da rüber. Ich habe es geschafft. Ah. Naja, es ist schon das zweite Mal. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Aber beim ersten Mal war ich glücklicher. Aber das habe ich ja nicht aufgenommen. Weil ich heute alles kaputt machen wollte. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich bin nicht genug. Nächstes Mal ist wieder Manu dabei. Zack. Und zack. Und hier rüber. Und drücken. Und jetzt kann ich hier in klein... Oh, jutsch. Da durch. Sehr gut. Manu springt auf den Knopf. Müssen wir jetzt Manu irgendwie da hochwerfen. Ne, das bin ich. Ups, aber... Das waren wir damit. Dann machen wir uns hier groß. Man läuft hier unten durch. Hallo Manu. Ich hoffe, du hast da unten Spaß. Komm doch einmal hoch. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh nein, ich habe das Secret nicht gesucht. Irgendwie habe ich das Gefühl... Maudado ist dumm. Spring Maudado. Und komm mit. Können Secret sein. Malerweise waren die immer richtig offensichtlich. Ich wette, das war wieder richtig offensichtlich. Ich habe es immer im Schnitt gesehen. Und ich war einfach wieder nur zu dumm. Ich wette es. Manu geht ins Ziel. Und ich gehe ins Ziel. Ja, Leute. Haha. Und so viel Spaß machen die Level allein. Nämlich. Naja, ein bisschen Spaß hat es schon gemacht. Ich muss sagen, das mit der Steuerung... Ist schon ein Horror. Oh, das kann man tatsächlich ausprobieren. Also das kann man üben. Weil man braucht ja eigentlich... Naja, auf einen Controller braucht man eigentlich zwei Hände. Aber man kann es auch mit einer Hand irgendwie hinbekommen. An der Tastatur braucht man nur eine. Q, W... Also W, A, S, D. Q, E und Leertaste. Kann man mit einer Hand abdecken. Beim Controller ist es dann schwer. Man braucht die X und A Knöpfe. Den Analog Stick. Und dann braucht man noch einen Trigger. Also... Aber den Trigger brauche ich ja eigentlich nicht. Der Trigger ist zum Transformieren. Also hier zum größer, kleiner machen. Aber ich brauche das ja eigentlich nur auf der Tastatur. Also eigentlich ist es möglich. Nur ein Knoten im Kopf. Komm mit. Wir drücken jetzt den Knopf. Ja, und ich hoffe, euch hat das irgendwie gefallen. Beim nächsten Mal ist wieder Manu dabei. Ich weiß nicht, wann der Part kommt. Weil wenn wir heute nicht aufnehmen, kommt wahrscheinlich morgen kein Part. Denn es kommt wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank für's zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war merkwürdig. Bis zum nächsten Mal.